Logistik ist ein überaus wichtiger Kernbereich unseres täglichen Lebens. Logistik sichert den quantitativen und qualitativen Erfolg von Transportprozessen. Gerade die Anforderungen an die Intralogistik, also an den innerbetrieblichen Waren- und Materialfluss, sind enorm gestiegen. Vor allem in Getränkebetrieben, in der Molkereibranche und der Lebensmittelindustrie gab es in den vergangenen Jahren einen massiven Wandel. Was gebraucht wird, sind Lösungskonzepte mit ganzheitlichem Ansatz. Dies beginnt beispielsweise bereits mit dem Hofmanagement zur Steuerung der LKW, von der Einfahrt bis zur Ausfahrt. KRONES realisiert intralogistische Gesamtkonzepte, die dem Kunden optimale und individuelle Lösungen geben. Die Integration eines Hochregallagers macht eine automatisierte Abwicklung der innerbetrieblichen Warenströme möglich. Gerade durch gestiegene Produktvielfalt und neue Verpackungen nehmen die Anforderungen zu. Das Sortiment ändert sich schneller, die Bestellzyklen werden kürzer. Ein elektronischer Informationsfluss sorgt für mehr Transparenz im Lager. Durch die Nutzung von Online-Bestandsdaten lassen sich Produkte zurückverfolgen. Durch ein Staplerleitsystem oder den Materialflussrechner werden die Lagerprozesse gesteuert und visualisiert. Mit dem Lagerverwaltungssystem werden das gesamte Lager, die Anbindung der Abfüllanlagen sowie die Kundenauftragsbearbeitung einschließlich der filialbezogenen Kommissionierung organisiert und verwaltet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Intralogistik ist Zukunftsthema aller Abfüllbetriebe. KRONES schöpft die Potenziale aus und bietet ganzheitliche, individuelle Lösungskonzepte. KRONES Sprecher Untertitelung des ZDF, 2020